Der Test Der 100 CR-V ist mit mehr als 7,2 Millionen Stück das meistverkaufte SUV der Welt. Er ist also quasi der Urmeter des gesamten Segments und somit auch fixer Bestandteil des Straßenbilds. Die jüngste Generation ist nun schon ein paar Jahre bei unserem Markt und hat sich somit ein Facelift verdient. Bevor wir zu den optischen Updates kommen, müssen wir über das Aggregat sprechen. Wo der Vorgänger noch mit 2,2 Liter Hubraum nagelte, flüstert jetzt ein leistungsstärkerer 1,6 Liter Dieselmotor, der 160 PS bereithält. Dieser Downsizing-Motor verspricht exzellente Verbrauchswerte, so um die 5 Liter und hat genügend Punch für diverse Lastenaufgaben. Dank einer zweistufigen Aufladung werden 350 Newtonmeter an Drehmoment erreicht, die auch tüchtig anschieben. Serienmäßig kommt der CR-V mit einem 6-Gang-Handschaltgetriebe, das präzise geführt und für diese Fahrzeugklasse mehr als knackig ist. Optional ist auch eine 9-Gang-Automatik zu haben. Dank des neuen Motors und des neuen Getriebes sind nun 65 Kilo weniger auf der Waage zu vermelden. Neben dem Motor gibt es natürlich auch am Blech Selbständerungen. Man hat die Front geglättet und emotional zugespitzt. Es sind bloß kleine Eingriffe, die in Summe aber große Wirkung haben und dem CR-V ein frischeres Auftreten geben. Hier ein paar Chromleisten, dort ein neuer Grill, fertig. Was besonders erfreut, ist die Farbe unseres Testwagens. Sie nennt sich Passion Red Pearl und kann als Empfehlung unsererseits gesehen werden. Neuer Motor, ein neuer Loco und ein neues Fahrwerk. Vor allem das Lenkverhalten wurde verbessert. Der CR-V reagiert nun direkter auf Lenkbefehle. Der Kontakt zur Fahrbahn fühlt sich ungefilterter an. Das bringt Freude. Der Innenraum ist gefällig gestaltet und ergonomisch top. Gute Materialien, gepaart mit schlauem Design, geben dem Interieur einen hochwertigen Look. Man sitzt bequem und freut sich über massig Platz und die wohl hübschesten Instrumente dieser Klasse. Ebenfalls freuen darf man sich über den großen Kofferraum. 1699 Liter definieren den Benchmark. Hier hat der CR-V in seinem Segment keine Konkurrenz. Honda setzt bei all seinen Modellen aktuell auf umfassende Sicherheitstechnik. Da macht der CR-V keine Ausnahme. Das sogenannte Honda Sensing System, das in unserem Testmodell verbaut ist, bietet eine Armada an Sensoren und Assistenten auf. Zum Beispiel IACC, den ersten intelligenten Abstandstempomaten. Er beobachtet nicht nur die Distanz zum direkt vorausfahrenden Auto, sondern auch bis zu fünf weitere Fahrzeuge. So kann er frühzeitig und vorausschauend reagieren. Unser Go-Fazit zum Facelift des Honda CR-V. Nicht übel Honda, nicht übel. Der CR-V wird wohl auch weiterhin der beliebteste SUV bleiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017